Puh, so ein schöner Tag heute. Franz! Ja. Geil, Alter. Weißt du, was endlich da ist? Nee, was denn? Visitenkarten von meinem Twitch-Chat-Designed. Alter, endlich. Endlich kann ich meine Reichweite erhöhen und das jetzt unter die Leute bringen. Richtig geil, oder? Geil, oder? Ich wollte die andere anfassen. Die hat Mad-Eye-Designed. Die ist richtig gut. Ja, und wenn jetzt die Leute in Zukunft fragen, was? NostrabimoTV, Nosferatu, kennt ihr nicht? Nostradamo. Dann kann ich sagen, hier ist meine Karte. Hallo. Hier meine Karte. Mhm. Willste? Das bin ich. NostradamoTV, hier steht es auch nochmal. Ja. Das bin ich. Mach einen guten Intro erstmal. Ja, klar. Okay. Ich mach so, sieht man ja, so Videos im Internet. Mhm. Mit auf der Straße Leute filmen und lustig. Voll cool. Wie jetzt gerade. Super. Ist lustig, oder? Voll lustig. Potenzielle neue Abonnenten. Ja, schnapp sie dir. Schnapp sie dir, Tiger. Maximal behindert. Ja. Robert, was machen wir hier? Haha. Haha. Hallo. Das bin ich. Ich bin super cool. Die Rückseite bringt sie zum Lachen. Bei euch komm ich jetzt nicht so drauf, worum es geht. Naja. Muss ich sagen, steifer Penis, das ist ja erstmal schon mal nicht, kann man schon mal nicht mit alle ansprechen, oder? Ja. Ja. Ich bin gratis. Der steife Penis, oder? Das ist ja deine. Mathematikkenntnisse. Ja. Willst du mich testen? 5. Robin, du weißt schon, dass da Leute draufdrücken, die blind sind. Du mal mit deiner negativen Energie hier, Franz. Guckt euch lieber meine Visitenkarte an. Also das hier sieht auf jeden Fall ein bisschen reingeschnitten aus, so weißt du, so abgeschnitten vielleicht kriegst du das ein bisschen. Also 9 von 10 würden wir machen. Du machst ein TV, ein lustiges TV? Ich mache ein lustiges TV. Ich würde es auf jeden Fall interessieren, was du machst. Zack. Dann mach mal ein Video von dem. Der ist ja video-gen. Darf ich Sie begeistern für Web-Videoproduktion? Das ist meine Visitenkarte. Nicht gut. Nicht gut. Was muss ich verbessern? Das ist Pornos. Das ist Raffi TV. Ja. Bei der Telefon ist es Raffi TV. Ich spreche es in Französisch. François, willst du collectionne Kanar vivant? Kanar vivant? Ja. Das ist eine lustige Collection. Nicht gut. Ich habe eine kleine Pitte. Ah, ihr habt eine Pitte? Ja. Findest du sie gut? Nee, eher nicht so. Nicht so? Ich kann dir auch noch die anpicken. Nee. Auch nicht. Siebel. Noch ein Abonnent mehr. Geil. Der Erfolg kommt. Ich spür's. Hallo. Die Postkarten da draußen, die liegen von Ihnen aus. Das gehört zu Ihrem Geschäft. Ich habe gesehen, Sie haben einen Mangel an diesen Karten hier. Würden Sie die vielleicht auch in Ihrem Sortiment noch auslegen wollen? Nein. Das passt so gar nicht zu uns. Warum? Das passt einfach hier nicht zu uns ins Sortiment. Aber es gibt keine Begründung? Nein. Ja, es passt hier nicht zu uns. Ganz einfach. Okay. Na dann versuch's bei einer Konkurrenz. Und? Nimmt er sie? Es passt irgendwie nicht zu uns, hat er gesagt. Ah, komisch. Meine Karte. Hier, meine Karte. Ja, Karte. Ja. Ja. Ich muss die Rante Trottenspiel. Okay. Bitte schön. Christenthal. Sechs TV. Vier neue Abonnenten. Hi. Ach, Karni. Guck dir an. Hier. I'm ready, Baby. Ja, Baby. Hier meine Karte. Oh, für was ist das? Nein, von mir. Das bin ich. Okay. Brauchste? Ja, ist okay. Ja, ist okay.